Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblick und somit auch einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch eigentlich geht es gut. Die Woche war ja relativ, ich sage jetzt einfach mal ruhig, die Zahlen waren ein bisschen so durchwachsen. Einerseits hatten wir gestern darüber gesprochen, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft deutlich besser, die Arbeitslosenquote dafür wieder relativ normal. Also die Woche war jetzt nicht wirklich aufschlussreich. Klar, wir hatten die Rede von Paul, der gesagt hat, okay, eventuell, dass wir im Dezember schon ein bisschen hier die Zinsen nicht mehr so in diesem Umfang erhöhen, wie wir es eventuell geplant haben. Und deswegen nächste Woche könnten dann auch nochmal so ein paar Punkte kommen, die dann eventuell für die übernächste Woche genau da sind, nämlich dann wieder Fettsitzungen, beziehungsweise dort werden die Zinsen zusammen bekannt gegeben, die vielleicht nochmal ein bisschen Ausschluss darüber geben könnten. Das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Video an. Bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und drückt auf die Glocke. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Und wenn er noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, auch wie immer, Link ist unten in der Videobeschreibung, kostenlose Signale und Talk-Gruppe in einem. Also wenn ihr Bock habt, kommt gerne dazu. Und jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt fangen wir direkt an. Und zwar, Montag, Dienstag ist relativ ruhig. Also wir haben hier gar keine wichtigen Daten, auf die wir jetzt unbedingt achten sollten oder die momentan zumindest irgendwie einen Markteinfluss haben könnten. Eher spielt dann der Mittwoch in die Karten. 7.12. Boah, 7.12. schon krass. Der Monat vergeht wieder und Weihnachten nähert sich. Nur mal so eine kleine Randnotiz. Ja, wir haben den 30-jährigen Hypothekensatz. Ihr wisst, ich habe immer noch so dieses Fable dafür, wegen den ganzen Immobilien-Crashen. Und ich sage euch, der wird früher oder später kommen. Das soll jetzt nicht so Crash-Prophethaft kommen. Aber nachdem ich ja schon öfters mal gesagt habe, die Ausfallrate der Hypotheken wurde ja einfach so gestrichen. Die ist immer noch nicht da. Normalerweise müsste die auch diesen Mittwoch gemeldet werden. Aber ist halt jetzt weg. Auf jeden Fall, 30-jähriger Hypothekensatz. Wie viele Hypotheken werden so aufgenommen? Beziehungsweise auch, wie ist der Hypothekensatz halt? Sagt halt auch der Satz im Endeffekt. Prognosen gibt es ja natürlich keine mehr. Man bezieht sich immer so ein bisschen auf das vorherige, beziehungsweise auf die vorherigen zwei Wochen. Da sehen wir, okay, in den letzten Wochen ist es deutlich, deutlich zurückgegangen, dieser Hypothekensatz. Also auch ein bisschen so Beruhigung in der Wirtschaft. Natürlich auch Post-Covid und sowas. Also nach Corona nimmt das alles wieder ein bisschen ab. Der Wirtschaft geht es wieder ein bisschen besser. Aber genau das ist auch das Problem. Wir haben über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft gesprochen. Wo Paul auch gesagt hat, das sind so Zahlen, die sind uns einfach noch zu gut. Wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr Arbeitslose. Wir bräuchten einfach viel, viel schlechtere Zahlen. Das klingt absolut krank in einem normalen Menschenverstand. Sagt es draußen irgendwelchen Leuten, ey, sorry Leute, wir haben so viele Beschäftigte. Kommt bestimmt nicht gut an, ne? Also nur mal so. Und was dann auch noch dazu kommt, ist die Hypothekenanträge. Auch hier hatten wir in den letzten Monaten ein deutliches Minus. Überraschenderweise, nachdem wir vorher 2,2% mehr Anträge hatten, hatten wir mal wieder ein Minus. Also auch hier sieht man, okay, der Wirtschaft geht es eigentlich relativ gut. Gut, nachdem auch die Stundenlöhne überdurchschnittlich gewachsen sind, jetzt auch am Freitag, beziehungsweise wurden ja die Zahlen auch bekannt gegeben, sieht man auch hier, okay, Wirtschaft geht es gut. Fett muss nicht unbedingt die Zinsen jetzt hier erhöhen. Und dann kommen am Mittwoch auch noch die Rohöl-Lagerbestände. Auch hier wird sich dann mal zeigen, okay, fallen die negativ aus. Also das heißt mehr Rohöl, das heißt der Wirtschaft geht es dann doch wieder ein bisschen schlechter und so. Also wird sich einfach zeigen, aber da sind die Zahlen auch ziemlich, ziemlich durchwachsen. Werden auch alle zwei Wochen gemeldet, also wird es meines Erachtens auch nicht diese Riesenauswirkungen haben. Prognose liegt hier bei Minus 2,7 Millionen. Schauen wir mal, ob das erreicht wird. Also da lehne ich mich jetzt erstmal nicht so weit aus dem Fenster. Und da kommen wir auch schon zum ersten Chart und zwar dem DXY. Sollten nämlich die Hypothekenanträge besser sein als erwartet, das kann ich euch auch immer hier nochmal zeigen, warte, wo hier überträgt, da steht es. Wenn die Hypothekenanträge höher als erwartet ausfallen, das heißt wir kriegen hier ein Minus von 0,7 oder am besten noch ein Plus rein, führt das auf den Devisenmärkten zu einem steigenden Kurs des US-Dollars. Und deswegen starten wir jetzt nämlich auch mit dem, denn wir sind hier aus unserem Support ausgebrochen. Wir hatten nochmal so eine kleine Erholung, das war da, wo wir drüber gesprochen haben, mit Pole und sowas, dann auch mit den Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft gab es auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Push, der wurde sofort wieder abverkauft. Und jetzt haben wir diese eine grüne Box nach unten hin verlassen. Ihr könnt euch daran erinnern, ich hatte vorher diesen doppelten Boden da drin, wo wir drüber gesprochen haben, so mit diesem Tief und dann eben diese Erholung. Ist meines Erachtens immer noch drin, nur dass wir jetzt hier die nächste Kaufzone hier im Endeffekt antesten werden, wahrscheinlich hier bei 104,143. Das ist so der nächste Support, den wir hier haben. Ich sage jetzt mal linientechnisch, ich habe jetzt die ganze Box wieder eingezeichnet, weil es mir einfach zu groß war. Und sollte diese aufbrechen, wird wahrscheinlich der Dollar doch nochmal ein bisschen einbrechen, bis auf 103 Punkte oder 103 US-Dollar, wie man es auch nennen möchte. Und das hat natürlich dann wieder Auswirkungen auch auf die traditionellen Indizes. Wir wissen jetzt, okay, Montag, Dienstag könnte auf jeden Fall noch ein guter Wochenstart sein, weil halt eben sehr, sehr wenige News kommen. Und da lohnt sich dann vielleicht auch so ein kleiner Blick schon mal, jetzt waren wir beim DXY auf den SPX. Und da haben wir nämlich auch letzte Woche drüber gesprochen. Da habe ich euch gesagt, okay, wir haben hier ein relativ großes CME-Gap. Das wurde fast genau auf den Dollar, minimal ein bisschen drüber, wurde es auf jeden Fall abgeholt. Und wir wurden hier mit einem Daily Close genau an dieser Trendlinie von unserem Falling Broadening Rack zurückgewiesen. Und auch am Freitag ging es dann nochmal deutlich nach unten, wobei man hier sagen muss, okay, wir haben jetzt hier erstmal den Retest unseres Golden Pockets. Nachdem wir hier diesen impulsiven Pump hatten, wird sich jetzt zeigen, ob wir Montag, Dienstag wirklich die Kraft haben, hier diese Zone rauszunehmen bei ungefähr 4.100 Punkten, wo unser Hoch gelegen hat. Schaffen wir ein Daily Close darüber, ist es ein gutes Zeichen. Werden wir jedoch hier, sage ich mal Montag, Dienstag ist auf jeden Fall eine gute Chance, dass wir hier nochmal das antesten. Werden wir hier zum Beispiel nur einen WIG sehen und dann geht es runter, ist es auf jeden Fall nicht bullisch. Weil dann haben wir uns einfach die Liquidität hier beim SPX geholt, also beim S&P 500 und könnten dann wirklich hier unseren Abtrend, der jetzt schon hier ewig hält, seit 13. Oktober zum ersten Mal brechen. Könnte wirklich möglicherweise das Ende der Jahresendrallye sein. Wir haben zwar noch drei Wochen in diesem Jahr, aber wir kommen hier wirklich an dicke, dicke Widerstände. Wir haben es auch, können wir auch nochmal gleich einen Blick dazu werfen zum Dow Jones 30. Auch hier haben wir die letzten Tage oder die letzten Wochen immer mal wieder drauf geblickt. Und hier sieht es auch jetzt nicht so wirklich rosig aus. Klar, wir hatten unser Breakout, sind dann ins Golden Pocket gekommen, hatten dadurch dann einen Retest in unserem Falling Broadening Wedge und traden hier aber immer noch um das Golden Pocket. Und das Volumen hat einerseits hier ein bisschen abgenommen, gut, das war Thanksgiving, nimmt aber jetzt auch hier so langsam immer weiter ab. Und wir haben so langsam auch eine Bearish Divergence hier drin. Also hier kommt langsam immer mehr zusammen. Es deutet sich zumindest langsam ein Ende dieser Rallye erst einmal an. Und was man auch dazu sagen muss, wir kommen dann hier oben in diese Widerstandsbox bei ungefähr 34.857 Punkten. Das wäre dann für Montag und Dienstag, weil eben die Newslage sehr, sehr wenig hergibt. Dann nochmal ein Indikator, okay, wir gehen hier nochmal hoch in diese Box, die vorher hier immer wieder Widerstand war, kurzzeitig mal Support. Aber sonst an diese Widerstandsbox ist extrem, extrem wichtig. Geht bis ungefähr 35.377 Punkte. Und sollten wir dann hier zurückgewiesen werden, denke ich auch hier, dass wir erst einmal eine größere Korrektur auf jeden Fall, zumindest nochmal ins Golden Pocket, aber sehr wahrscheinlich sogar in den Bereich der 32.800 Punkte Marke reinkriegen. Was meine ich mit großer Korrektur? Vom jetzigen Punkt aus wären das ungefähr 5 Prozent, ist jetzt nicht mehr die Welt. Wir sind aber auch ehrlich gesagt nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt. Wenn wir jetzt mal vom jetzigen Stand ausgehen, sind wir noch bei 7,5 Prozent. Also auch diese Woche wieder so ein Plus von 1,5 Prozent. Aber ihr seht halt auch, die Luft geht langsam hier etwas raus. Und darauf müssen wir auf jeden Fall achten. Wie gesagt, Mittwoch könnte dann so dieser kleine Turnaround-Punkt sein. Eventuell, dass ich dann auch hier mal ein kleines Short-Setup reinposte, wenn euch das interessiert. Und könnt ihr übrigens alles bei Bing X-Traden so auch Devisen oder Forex, also Forex ist ja Devisen, aber auch hier Indizes und so könnt ihr alles bei Bing X-Traden. Funktioniert wirklich Bombe, muss ich auch mal ein Lob da lassen. Also da auch gerne vorbeischauen, Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, das war es eigentlich so mit Mittwoch. Also ihr seht schon, es kommt nicht viel Mittwoch, minimal vielleicht so der erste Trendwende-Bereich. Und dann kommen wir zum 9. Dezember, das heißt Freitag. Also auch hier seht ihr, Donnerstag ist nicht viel los, die Woche ist wirklich ruhig. Man merkt so langsam, wir gehen so in den Weihnachtsmodus. Oder es wird vorbereitet für die nächste Woche eben, wo dann halt die Fettsitzung ist. Und da kommen wir jetzt am Freitag zu den Erzeugerpreisen, die Kernrate. Und die werden meines Erachtens sehr, sehr wichtig sein. Gibt dann natürlich auch nochmal einen Antrieb so auf die Inflationsrate, wie die sich entwickelt. Wir hatten vorherig 6,7 Prozent Erzeugerpreise gestiegen. Mittlerweile geht man von einer Prognose von 5,9 auf. Ist ein bisschen mutig, weil man hier wieder von deutlich, also von 0,8 Prozent ausgeht. Aber würde ich jetzt sagen, ist nicht ganz unmöglich. Wir können nochmal ganz kurz mal auf einen anderen Chart schauen. Und zwar auf den West Texas Oil. Nicht STI, sondern WTI. Und zwar auf den Ölpreis. So, das wollte ich. So, das wollte ich. So, und jetzt ganz kurz mal der Vergleich zu letztem Jahr. Wir befinden uns momentan bei 80 Dollar pro Barrel. Also pro Fassöl. So, und jetzt gehen wir mal ein Jahr zurück. 5. Dezember. Und dann gucken wir jetzt mal ins letzte Jahr. So, 5. Dezember rum. Beziehungsweise hier generell Dezember. Und da sehen wir, okay, da ist der Ölpreis extrem abgesackt. Also so auf 65 US-Dollar. Und davor waren wir genau auf dem gleichen Niveau. Und da ist jetzt halt die Frage, normalerweise sagt man ja vom November, wenn wir jetzt nach November gehen, bin ich auf jeden Fall erst einmal auf der Seite, dass wir sagen, okay, die Erzeugerpreise sind gleich geblieben, beziehungsweise etwas gesunken. Da bin ich auf jeden Fall voll dran. Aber wir haben halt dann hier im Dezember einen deutlichen Abverkauf. Und das sehen wir hier von 77 bis zeitweise 62 US-Dollar pro Fassbarrel Öl. Und das könnte so ein bisschen dieses Zünglein an der Waage sein, wegen den Erzeugerpreisen. Weil Ölpreise sind extrem, extrem wichtig. Wenn wir da diesen Einbruch sehen, entweder tut er sich jetzt auf diesen Monat auswirken, weil eben der Ölpreis so zum November, Dezember rum dann eingesagt ist. Dann ist es positiv, äh, dann ist es nicht positiv, weil der Ölpreis viel, viel weiter unten war, als wir jetzt dann sind. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Es könnte gut möglich sein, dass diese Prognose verfehlt wird und wir uns sogar im 6-Prozent-Bereich. Und das wäre dann für mich so, ganz ehrlich, der Startschuss, wo dann wieder ein bisschen Unsicherheit reinkommt, wo wir dann eben wieder bei dem Punkt wären mit dem Dow Jones. Wir kriegen unsere Trendwende rein. Wir sehen beim DXY dann möglicherweise hier entweder bei 104 oder bei 103 den ersten Bounce nach oben, weil klar, Erzeugerpreise hoch. Das würde natürlich wieder den US-Dollar und natürlich auch die FED wiederum deutlich stärken und deutlich mehr dafür sprechen, dass wir hier eine höhere Zinserhöhung kriegen. Also es ist noch nicht alles so wirklich raus. Die Zahlen sind gemischt. Die Arbeitslosenquote ist Bombe. Die Beschäftigtenzahlen sind Bombe. Die Hypothekensätze erholen sich. Jetzt haben wir dann möglicherweise noch die Rohöl-Lagerbestände, wenn die auch noch passen. Und die Erzeugerpreise sollten die ein bisschen höher sein. Ich möchte hier nichts draufbeschwören oder irgendwie Panik verbreiten, aber es ist wirklich die Möglichkeit, dass wir immer noch diesen kleinen Ding mit 0,75 Prozent sehen. Nur mal so meine persönliche Meinung aufgrund der ganzen Zahlen, die jetzt gemeldet wurden und eben auf der Erzeugerpreise. Also da würde ich auf jeden Fall erst einmal drauf achten. Gut, dann haben wir das. Wir können noch ganz kurz auf den NDX schauen. Schauen wir auch mal ganz kurz hier. Befinden wir uns bei 11.994 Punkten. Wir sind hier in einem deutlichen Support wiederum reingekommen. Auch hier, müssen wir sagen, der Downtrend noch nicht durchbrochen. Wir wurden hier rejected. Befinden uns jetzt hier in dieser kleinen grünen Supportbox. Und ja, ihr seht, auch hier der Downtrend, genauso wie beim SPX, wurde getroffen. Beziehungsweise jetzt erst einmal so eine kleine Abweisung. Und da wird sich auch dann nächste Woche zeigen, okay, schaffen wir es, nochmal so ein kleines, höheres Hoch zu bilden. Rejection von hier oben. Und dann möglicherweise hier unten haben wir nämlich auch noch so ein kleines CME-Gap, ob wir das dann füllen. Also für mich momentan nächste Woche, so die ersten zwei Tage, noch ein bisschen bullischer. Märkte könnten nach oben gehen. Und dann müssen wir uns so langsam möglicherweise darauf einstellen, dass diese Jahresendrallye doch nochmal so einen kleinen Klaps kriegt und wir zumindest mal ein paar Prozent abgeben. Aber gut, nach so einer Rallye, vor allem beim Dow Jones, ist es ehrlich gesagt nicht verwunderlich, dass hier auch einmal ein paar Gewinnmitnahmen, vor allem in Richtung Weihnachten und sowas, mitgenommen werden. Dann noch so ein ganz, ganz kleiner Blick auf Bitcoin, weil hier hat sich ja auch sehr, sehr wenig getan. Also wir traden hier an eigentlich einer wichtigen Stelle und zwar die 17.200 US-Dollar ist eigentlich die Zone, auf die es wirklich ankommt. Schaffen wir ein Daily Close darüber, könnten wir ohne Probleme in Richtung 18.119 US-Dollar kommen, weil hier liegt unser letztes Hoch. Wir haben hier noch eine schöne Widerstandszone. Das wäre dann wirklich der nächste Pump-Bereich, den wir uns dann vorstellen könnten. Das könnte relativ flott gehen, weil wir halt eben hier nur Abverkaufsvolumen haben. Also da müssen wir ein bisschen drauf achten. Kriegen wir ein Daily Close über die 17.200 US-Dollar. Wichtig und richtig, dass wir dann möglicherweise wirklich einen Pump kriegen. Klares Volumen muss noch dazu passen, aber ansonsten sieht es sehr, sehr gut aus. Und ansonsten, wie gesagt, Volumen etwas abnimmt. Wir haben keinerlei Divergenzen, gar nichts. Aber ihr kennt mich, ich gucke viel, viel gerne noch auf diesen Bereich beim Binance-Start. Und hier haben wir nochmal so einen Retest vom unteren Triangle bekommen, beziehungsweise Falling Reg. Eigentlich ganz gut, nochmal Retest hier außerhalb und jetzt kam der Pump. Was mich hier aber weiterhin ein bisschen verunsichert und ihr kennt es, ich habe es schon sehr, sehr oft angesprochen, ist einfach dieses krasse Kaufvolumen hier unten. Und das war eigentlich der Grund, warum wir hier oben, wir hatten sehr, sehr viel Volumen, mehr als im Bullenmarkt. Also nochmal zur Erinnerung, wir hatten hier sehr, sehr viel Kaufvolumen in diesem Bereich. Und daraufhin kam eben dieser verdammte Crash. Gut, hatten wir FTX zu tun und sowas, kann man auch sagen. Aber wir haben immer darüber gesprochen, okay, dieser Bereich hier unten, dieses Tief wird nochmal geholt, weil hier einfach zu viel Akkumulation ist. Und jetzt sehen wir auch hier wieder, mit dieser Candle, bei ungefähr 16.500 US-Dollar, die hier gestartet hat am Tag, wieder sehr, sehr krasses Kaufvolumen hier. Und das ist immer noch das, was mich ein bisschen verunsichert. Da kommen zu viele Käufer rein. Ich sage jetzt mal, die Candles hier unten, lassen sich noch austragen, weil hier mehr Verkaufsdruck war. Aber ich sage mal so, dieser Bereich um 16.000 US-Dollar oder 15.800 US-Dollar, wo wir auch in den kleineren Timeframes noch unsere Vektoren haben, ist für mich immer noch so ein Bereich, den wir holen sollten, solange wir hier keinen Close über 17.200, 17.250 US-Dollar sehen. Wir können noch mal ganz kurz hier gucken, wie es hier aussieht, welchen Bereich wir hier holen müssen. Hier sind wir auch bei 17.200 US-Dollar. Sehen wir auch ganz gut, wir wurden hier minimal auf den Dollar, haben wir kein Higher High bekommen. Was man jetzt darüber denken will, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber für mich ist das eher noch so ein Zeichen, okay, wir gehen noch mal eine Etappe tiefer, holen uns die Vektoren und dann möglicherweise Anfang des Jahres sehen wir uns dann mit deutlich, deutlich höheren Kursen. Gut, das war es von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Wochenausblick gefallen hat, lasst es mich doch gerne wissen mit einem Like und einem Abo und einem Kommentar. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns dann, ja doch, morgen, dann morgen früh zum Update-Video wieder und natürlich Teil 2 unseres Beginner-Guides mit dem Thema Mindset. Könnt ihr euch auf jeden Fall riesig drauf freuen. Ich hoffe, ich habe das gut rübergebracht. Und dann war es das von mir. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.